Hey, hallo! Schön, dass du dabei bist. Und zwar nehme ich euch heute mal mit in mein Aufwärmenprogramm auf dem Laufwand und erzähle ein bisschen über das Programm Clean9. Also ich bin Sport- und Gymnastiklehrerin, ich bin lizenzierte Fitnesstrainerin und nutze Clean9 im Rahmen meiner Online-Figur-Coaching-Programme. Und zwar habe ich mich total gefreut, die Fit4Fun hat im Januar diesen Jahres 10 Diäten oder Abnehmprogramme getestet. Unter anderem hat sie eben auch die Formuladiäten bewertet. Clean9 ist keine klassische Diät, aber es hat dasselbe Prinzip. Es ist praktisch ein Ausstieg, ein Komplettausstieg aus alten Ernährungsmustern. Das heißt, du lässt wirklich deine ganzen alten Ernährungsgewohnheiten hinter dir. Du steigst komplett in ein neues Ernährungs- und Bewegungsverhalten ein. Und das Gute daran ist, deine Nährstoff- und Vitalstoffversorgung ist gesichert durch genügend Bewegung und auch die Eiweißshakes. Baust du nicht die Muskulatur ab, sondern verbrennst einfach ordentlich Fett. Und das Herzstück ist natürlich das Aluminiumvera-G, was einfach deinen Magen-Darm-Trakt in dieser Zeit hochdosiert, reinigt. Und danach eine verbesserte Nährstoffaufnahme gewährleistet. Deswegen finde ich das wirklich super. Es ist ein alltagstaugliches Konzept. Ja, auch in der Fit & Fun haben die eben geschrieben, dass es wichtig ist, dass auf jeden Fall die Betreuung während und auch im Nachgang an das Programm ja einfach über den Erfolg dann auch entscheidet. Und das ist absolut auch meine Rede. Du kannst natürlich nicht in neun Tagen komplett dein Leben verändern, aber du findest auf jeden Fall einen Ausstieg aus Altem und kannst in ein neues Bewegungsverhalten starten. Und ich kann dich gerne dabei begleiten. Du kannst dich informieren. Auf meiner Seite. Färdecheck. Nee.